Zu einem Spaziergang nach Natza bin ich heute unterwegs und anschließend fahre ich noch bis an die Werra. Ab einem kleinen Parkplatz mitten im Dorf ging es hinauf bis zur Ruine Heinegg. Konnte dort die schöne Aussicht genießen und es ging über den Schlossberg weiter bis zu Mosersruh. Ab dem kleinen Wanderrastplatz ging es zum Barbara Hagerstein und dann wieder hinunter in den Ort Natza. An der Christuskirche vorbei ging es dann wieder zurück zum Parkplatz. Die Burgstraße hinauf und dann ein kleines Stück den Buchholzweg entlang ging es dann in Richtung Burg Heinegg. Nach einigen hundert Metern war ich dann auch schon aus der Ortschaft heraus und komme hier nun an einem Feldweg an, der mich hinauf zum Schlossberg führen soll. Immer mal wieder den Blick auf die Ortschaft Natza gerichtet, geht es nun hier an Wiesen und landwirtschaftlichen Flächen vorbei, weiter hinauf in Richtung der Burgruine Heinegg. An diesem Tage war es schon nicht mehr ganz so kalt, aber leider wurde es auch etwas leicht dunstiger hier draußen und somit war die Fernsicht doch nicht mehr ganz so gut. Je näher ich dem Schlossberg kam, desto eher konnte ich auch schon einmal durch die kahlen Bäume die Ruine oben auf dem Berg erkennen. Die letzten 200 Meter ging es hier auf einem schmalen Pfad noch einmal etwas steiler bergauf. Ich bin nicht gleich zur Ruine gegangen, sondern erst einmal zum Rand der Bergkuppe und konnte hier hinunter ins Dei schauen und sah die vielen Autos, die aus Richtung Mühlhausen hier kamen. Dann ging es hinüber zur Ruine und hier stehe ich auch schon im Inneren der alten Anlage. Es handelt sich hier um die Reste einer Höhenburg und sie ist auch die einzige sichtbare Ruine dieses Gebirgszuges. Die Burg ist ein geschütztes Bodendenkmal und das Gelände wird vom Burgverein Heinegg betreut. So ist es auch möglich, dass man hier über eine Außentreppe den noch gut erhaltenen Turm besteigen kann. Nachdem ich hier an der Außentreppe den ersten Teil erklommen hatte, konnte ich noch einmal in das Innere der gesamten Burganlage schauen. Dann ging es im Inneren des Turms noch einige Meter nach oben und schließlich war ich auf dem 19 Meter hohen Aussichtsturm angekommen und von hier hatte man dann eine herrliche Aussicht zum Thüringer Wald, ja bis hin ins Werratal. Hier schaute ich durch eine Fensternische in Richtung Wartburg und Düringer Wald und in der nächsten konnte ich wieder in das Innere der Burganlage schauen. Auf der anderen Seite bot sich mir dann der Blick hinüber ins Eichsfeld bis hin nach Haierode. Nun bin ich schon wieder unten angekommen, hier gibt es sogar schöne Toilettenanlagen, welche im Winter natürlich nicht zu benutzen sind, aber in der warmen Jahreszeit finden ja hier einige Festlichkeiten statt. Und wie es früher so war, sind ja die Burgen auch von einem Burggraben umgeben und hier schaue ich einmal in diesen hinein. Auf dem Schlossberg- und Heinig-Landweg setze ich nun meinen Spaziergang fort und ab und zu kann ich immer noch mal hinter mir die Burgruine sehen. Nach ca. 200 Metern oben auf dem Schlossberg geht es dann auf einmal doch wieder relativ steil bergab. Ich musste hier schon etwas vorsichtig gehen und es war gut, dass ich ein paar Wanderstöcke dabei hatte. In Richtung Mila setzte ich nun meinen Spaziergang fort. Meine Wanderstöcke hatte ich wieder zusammenklappen können, denn hier war das Gelände wieder leichter zu begehen. Vor mir erschien dann eine Lichtung und ich kam dann auf dem schönen Wander- und Rastplatz Mosersruh hier bei Natsa an. Hier bei Mosersruh laufen einige Wanderwege entlang, auch der Fernwanderweg Werningerode-Eisenach. Sitzplätze, ein steinerner Tisch und auch die Möglichkeit zum Grillen und Informationsdafeln über die Burgruine Heinegg erwarten hier den Wanderer. Von diesem schönen Rastplatz hier bin ich dann noch ca. 500 bis 600 Meter hinunter ins Teil gegangen in den Lotzengrund. An dieser Stelle hier wurde 1681 die Witwe Barbara Hager wegen Hexerei am lebendigen Bleib verbrennt. Weitere Wanderwege bogen hier an dieser Stelle noch ab. Ich bin dann aber an diesem Nachmittag vorbei an Mosersruh wieder zurück in Richtung Natsa gegangen. Auf meinem Rückweg hatte ich immer wieder einen herrlichen Blick hinunter nach Natsa und in die gesamte Umgebung. Die kleine Ortschaft Natsa liegt ja wunderschön im Teil des Lembertsbaches und befindet sich am Westrand des Heinigs. Hinunter in den Ort geht es vorbei an landwirtschaftlichen Nutzflächen und zwei Schafe schauen mir beim Spazierengehen auch neugierig zu. Irgendwie hatte ich hier eine kleine Abkürzung genommen, konnte den Meisen beim Sonnenbaden in den Büschen zuschauen und dann kam ich auch wieder am Rande der Ortschaft Natsa an. Auf die Burgruine Heinegg wird ja hier an allen Stellen in Natsa hingewiesen. Ich ging dann aber eine ca. 200 Meter lange Treppe hinunter in den Ort zur Hauptstraße. Hier unten wird dann auf die Kleinsiedlung Wernshausen hingewiesen. Sie besteht wohl aus zwei historischen Gehöften. Auf der Dorfstraße, welches auch die Verbindungsstraße zwischen Mühlhausen und Eisenach ist, gehe ich nun langsam wieder zurück zu meinem Parkplatz. Hier im Ort gibt es wohl nicht nur Sehenswürdigkeiten, sondern auch Ferienwohnungen, so dass man immer einmal einen Kurzurlaub oder Kurztrip hier machen kann. Vorbei gehe ich nun hier an der historischen Christuskirche, welche im Jahre 1560 durch die familie Hopfgarten erbaut wurde. Die Kirche war an diesem Tage geschlossen, aber ich schätze mal, dass man auf Voranmeldung oder an gewissen historischen Tagen diese Einrichtung besuchen kann. Bin nun wieder am Parkplatz angekommen, hatte noch etwas Zeit an diesem Nachmittag und bin somit in Richtung Frankenroda an die Werra gefahren. Zwei Kilometer vor Frankenroda stehe ich hier einmal an der Werra und sehe doch, dass zu dieser Jahreszeit eine beträchtliche Wassermenge hier fließt. Über die Brücke führt ein Radweg und hier unten scheint so eine Art Anlegestelle für Kanufahrer im Sommer zu sein. Musik Am späten Nachmittag bin ich nun hier in Frankenroda angekommen und auf einigen Hinweis darf hin, am Anfang des Ortes erkundige ich mich einmal, was es hier so im und um den Ort herum zu sehen gibt. Bin nun in Richtung Probstai-Zella gefahren und stehe hier nun am Rande des Ortes auf einer Werra-Brücke. Musik Viele schöne Rad- und Wanderwege waren hier ausgeschrieben. Für mich war es aber schon etwas zu spät an diesem Nachmittag und so gehe ich nur ein Stück an der Werra entlang. Musik Rechts neben mir die Werra, gegenüber das Dorf Frankenroda und auf der anderen Seite verlaufen Kalksteinwände, woran sich die Bäume regelrecht festklammern. Musik Hier verläuft nun der Naturbarkweg Leine-Werra und ich bin jetzt wieder zurück an der Werra-Brücke angelangt. Eine kleine Parkanlage mit Blick hinauf zum Dürmchen und viele Sitzplatzmöglichkeiten und Rastmöglichkeiten gibt es hier. Musik Frankenroda ist in dieser Gegend ein kleiner und beliebter Ferien- und Urlaubsort. Musik Die Vielzahl der Wanderwege hier ließ mich doch ein wenig erstaunen und so habe ich mir heute schon vorgenommen, dass ich im Frühjahr einmal hierher kommen werde und dann auch einmal hinauf bis zum Dürmchen wandern werde. Musik Hier Mitte Januar ging nun auch langsam um diese Zeit die Sonne unter und ich ging wieder zurück zum Parkplatz an der Werra-Brücke, wo ich mein Auto hatte stehen lassen. Musik Durch Frankenroda hindurch befinde ich mich nun wieder auf der Heimfahrt und beende somit einen schönen kleinen Wandertag. Musik 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 Musik